Hab zwei von Ich mache mein eigenes Abi-Ballkleid. Im letzten Teil haben wir ja schon das Korsett gemacht. Und jetzt war eigentlich diese Hose dran, aber ich hab so viel Stoff, Freunde. Ich muss da einen Rock draus machen. Also wird's mal wieder nicht wie die Skizze, aber das kennt ihr ja schon von mir. Auf jeden Fall hab ich erstmal eine Stunde lang versucht, diesen Stoff glatt hinzulegen. Dann hab ich gecheckt, dass ich doch nur einen Halbkreis ausschneiden kann. Vorbereitungen on point. Und dann hab ich einfach gesehen, dass wir auf TikTok eine Million sind. Und ich hab erstmal drei Stunden geweint, no joke. Als ich mich dann wieder gefangen hatte, hab ich dann einfach angefangen, die ganze Scheiße zusammenzunähen. Hab oben dann Schrägband zum Versäubern reingenäht. Und einen Reißverschluss reingeballert zum Zumachen. Obviously. Ich hab dann bemerkt, dass der Rock viel zu lang ist. Und wenn ich den nicht kürze, dann wird's mich fett hinmaulen. Zum Glück habt ihr mich auf Insta davon abgehalten, das komplett kurz zu schneiden. Also hab ich's nur ganz bisschen gekürzt und es dann alles versäubern, was auch 100 Jahre gedauert hat. Aber ich konnte gehen, ohne dass es mich auf die Fresse legt. Oh mein Gott. Und das, ladies and gentlemen, ist jetzt das Korsett mit dem Unterrock einfach nur. Finde ich sieht jetzt auch schon ziemlich nice aus. I don't know what you think. Aber im nächsten Teil machen wir natürlich noch den Überrock. Ich hoffe, der wird wenigstens wie die Skizze. Und ich glaub übrigens, dass es mich trotzdem hinmaulen wird.